Heute gibt es mein Unboxing zum neuen Axel Rudi Pell Album The Ballads 5 und hier sehen wir gleich das Cover. Ist gestern rausgekommen das Album. Hier auf der Rückseite nochmal alle Titel. Untereinander aufgelistet. So dann mach ich's mal auf. So und dann klappen wir mal auf. Hier sehen wir schon mal das Artwork. Und da ist die CD an sich. Hier haben wir das Handbuch oder wie man es nennen will. Da sehen wir einmal den Herrn Pell mit Bonnie Tyler. Und dann haben wir hier die ganzen Lyrics zu den Songs. Hier nochmal ein Foto von der Band. Alle nacheinander. Sehr kleiner Schrift. Und hier haben wir noch mal alle Ballads Alben aufgelistet. Von 1 bis 4. Das ist ja das Fünfte hier. Haben wir hier noch ein Poster. Das werde ich mal aufmachen und euch zeigen. Also ein Poster vom Cover nochmal. Vom Album Cover. Relativ groß sogar das Poster. Wurde sich also viel Mühe gegeben. Hier nochmal ein Foto von der Band. So doppelseitig bedrockt. Die kann man sich auch so aufhängen wie man will. Und hier ist nochmal die CD an sich. Das war's auch schon vom Unboxing zum neuen Axel Rudi Pell Album. Bei Let's Five. Wenn es euch gefallen hat, ein Like und ein Abo da lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal.